Einen wunderschönen guten Morgen, wir sind heute hier in Stuttgart. Ich bin gestern schon angekommen, die gute Lisa Wings hat mir dieses wunderschöne T-Shirt geschenkt, denn ich hab gefurztet, man. Jetzt gehen wir gleich in die Sprunghalle und toben uns alle aus und ja, ich hab mir gedacht, ich mach noch ein bisschen was für die Figur und lauf zum Primark. Auf jeden Fall war es gestern ganz cool, die haben alle Happy Birthday für mich gesungen. Ich hab gestern alle Happy Birthday für mich gesungen und das war so mega putzig. Ich hab heute schon richtig Bock, mit denen zu eskalieren heute Abend, aber und war mega cool und geiles Event auf jeden Fall. Habt ihr gut gemacht, wa? Ich finde auf jeden Fall diese Location hier richtig geil. Hat schon irgendwie was, hat schon irgendwie was. Ja, ich hab ja gesagt, ich war in Milano, heißt das gute Stück, diese Shoppingmeile und alter, ich hab's da auf ihr Geld ausgegeben, ich hab mich komplett neu eingekleidet, aber hey, das war das Gewurzelsgeschenk. Von mir, an mich. Also zum Thema Fitness-Challenge haben wir, glaub ich, ganz gut mitgemacht hier heute. Ich bin heute schon so acht Stunden am Stück hier in der Springbude am Springen und bockt sich übelst. Es gibt so ein längeres Buffet, das muss ich sagen. Das plane ich hier an dieser Stelle mal ein. Aber, das haben wir ja mittlerweile schon wieder alles rausgehückt, würde ich sagen. Jetzt springe ich mal gegen die Wand hier. Aber, wie solltest du sagen, das ist schon Sport irgendwo. Ja klar, das ist Sport. Wir staubst hier zusammen. Wir haben schon wieder Sport. Ja auch, mein ganzes Gebärbecken hier ist schon zusammengestaubt. Auf drei! Drei! Das Ding hat ganz viel Rückstoß. Alter! Ich stehe noch! Alles gut! So, ein Unfug! Der Weinstörsel! Das Ding hat » Was für Sie krisch. Der Gedabende? Das Ding hat' das Ding hat. Der Gedabende? Das Ding hat »Sie kreisch.